Die Fahrkarten, bitte. Oh Mann, alle. Alle einsteigen! Also wir spielen jetzt den Bus-Simulator, ja? Wenn du möchtest, ich würde es cool finden, ja? Da gibt es nämlich einen Multiplayer-Modus, der Spaß machen soll. Bruder, sag doch einfach, dass dieses Game komplett scheiße ist. Ich spiele es trotzdem mit dir. Nein, es ist nicht scheiße. Es ist wirklich nicht scheiße. Alle Reviews ausgeglichen. Pass auf, warte mal. Entweder bist du jetzt Busfahrer im Herzen oder nicht. Weißt du, du musst das Game fühlen. Scheiße mal auf die ganzen Pissnaken, die da irgendwelche Reviews schreiben. Weil die haben das Spiel nie gelebt. Du musst entweder als Busfahrer auf die Welt kommen oder nicht. So, weißt du. Junge, jetzt hör mal auf meine, meine Spiele zu kritisieren, Mann. Minecraft, ETS und der Bus-Simulator. Die drei Dinger, die brauche ich. Oh, mehr nicht. Die drei, die ist hier auf meinem Channel. All right, Brudi, start das Game. Bist du ready? Machen sie das, ja. Ich muss aber unser Unternehmen erst mal gründen. Ah, ist schwierig, Digga. Ist halt für real schwierig. Ein stabiler Name für ein Bus-Unternehmen. Ja, da kommen die Brandenburger jetzt einfach. Ja, nimm die Brandenburger. Du musst nämlich deinen Bus, den musst du auch pflegen und lieben. Ja, es fängt schon krank an mit einem kranken Intro, Alter. Ja, ja, das musst du genießen. Mmh. Unreal Engine, Alter. Krank. Ja, ja, du. Die haben, also die Grafik ist top. Ja, ja. Worauf habe ich mich hier eingelassen, Jungs? Also hier wird schon mal direkt mein Gender-Esteam. Jetzt muss ich mich entscheiden für männliche oder weibliche. Kann ich nur so eine Omi nehmen, oder? Du kannst dir irgendeinen Charakter erstellen. Mach dir jetzt irgendwie... Ja, du tust dir einfach irgendeinen... Irgendeinen Charakter. Du tust so, als hätte man so übel die Auswahl. Du hast die Auswahl zwischen männlich und weiblich und der Uniform. Bro, das Spiel ist reich. Du spielst hier nicht WoW, Alter. Bro, ich bin so der fancy Alte, die gerade in der Midlife-Crisis ist. Der kann sich die Haare im Grün färben. Der Typ, aber du musst dir mal das Gesicht angucken. Das sieht halt wirklich so aus, als wenn der Typ einfach nur dreckig wäre. Als wenn er sich einfach nicht gewaschen hat. Ach du Scheiße. Bist du der Typ draußen? Ja, wo bist du? Bist du drin? Im Bus? Ja, ich sitze im Bus. Kevin? Kevin? Kevin, du musst reinkommen. Ich lass mich jetzt überfahren, Alter. Ich nehm mir das Leben. So, vorne haben auch die ersten Fahrgäste. Okay. Oh, fuck. Mein Lenkrad ist nicht richtig dran. Ich begrüße sie einfach, okay? Ich sag dir einfach Hallo und so. Nein, ich bin dieser weirde Guide, der immer vorne sitzt und mit dem Busfahrer spricht. Ja, bitte. So, kommst du drin, bitte? So. So, Kevin. Wir fahren jetzt erstmal vor zur Astra Promenade. Du siehst so low aus einfach. So, pass auf, dass hinten keiner einsteigt. Schönen guten Tag, der Herr. Du musst hinten gucken, dass die... Ja, ich blockiere. Hinten steig da rein. Ja, ich könnte drüben die Karten gleich. Ich hab Kundschaft. Ich hab Kundschaft. Du kannst auch direkt gucken, wer bei mir eine Fahrkarte kauft. Kevin, willst du mal die Fahrkarten? Kannst du das machen? Okay, aber Ronny hat eine. Okay, die haben alle. Oh, Digga, 120 Euro gecashed. Gut, Digga, direkt zu schlau. Alter, Bro, es läuft. Ja, alle, hä? Ich, 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 hab ich, hab... Weil er dafür ne Ausrede war, hat er vergessen, hat er wieder gesagt, war? Wieder am Rumheulen, der Pissar. Das ist auch noch gleich. Irgendwann reicht's. Ja, egal. Kannst du mal aufhören? Wir kriegen dadurch Minuspunkte, wenn du die ganze Zeit fragst. Es reicht langsam. Oh, wir kriegen dadurch Minuspunkte? Ja. Oh, okay. Wenn du jetzt setzt, ich würde auch nicht hin und schneide dich ein. Was wollen sie die denn noch sehen? Der ist ja schon richtig Akko, Alter. Richtig mad, Alter. Oh, da hört einer ziemlich laut. Alter. Ronny, hallo. Ja, meine Güte, Alter. Wir haben wieder Minuspunkte dafür bekommen, dass der Bus einfach angehalten ist, weil du ne Tür aufgemacht hast. Hä, wie hab ich denn ne Tür aufgemacht? Ja, du hast irgendwo vorne an meinen Knöpfen rumge... Junge, was machst du denn da? Junge. Ich kann's mal auf, um meine Tür einfach aufzumachen. Ich kann anscheinend doch alles steuern. Ja, ach nee. Du kannst auf meine... Hör mal auf meine Knöpfe zu drücken. Ich fahre. Hast du wieder eine? Ja, und wieder abgecashed, Bruder. Junge, sauber, Kelly. Sauber. Gute Arbeit. Ah. Und wieder... Sag mal, Ronny. Was ist denn heute hier für ein Chaos los? Als würde man so headbangend im Bus sitzen einfach. Ja, du. Das ist hier ein schöner Bus. Man fühlt sich hier wohl. Okay. Okay, ich werbe mir, wer hier hinten reinkommt und dann frage ich die nach einer Karte. Die, die vorne durchkommen, können nicht ohne Karte rein, ne? Doch. Doch. Also muss ich jeden fragen? Kevin, der will drei Wochen Karten. Das casht richtig ab. Wer, er hier? 85 Euro. Ehrenbruder, ich gebe dir einen Kuss, Alter. In den Nacken, Alter. Bruder, Kuss auf den Nacken. Oh, Kevin, da... Junge, hallo, hallo! Meine Güte, Alter. Bro, ist ein Hammer-Game auf jeden Fall. Du rennst da voll. Das Game hat mega Potenzial. Ich glaube... Auch hier ist jemand am Sprinten irgendwie, der hat es eilig, der Junge. Achso, das bist du, oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mich doch nicht so an, Alter. Ja, ran jetzt da. So. Setzen Sie sich erst mal. Schönen guten Tag, Charme und Herren. Oh nein. Schulterblick. Oh Gott, Kevin, du zieht ja nicht wieder aus. Du fährst auch mit, was machst du? Bro, wir schaffen es das nie in der Zeit. Man muss auch ein bisschen scheiße, no risk, no fun, Alter. Okay, ich glaube, hier musst du gleich rechts ran. Kein Problem, Alter. Jetzt drückst du mal bitte die zwei. So. Zwei. Sehr schön. Ja, sauber, Kevin, gut gefahren. Danke, Bro. So, bitte raus, ist die Endstation. Das gilt auch für Sie, junge Dame. Mit dem Rock. So ein Scheiß-Gehirr. Junge, geil. Bro, du kriegst Minuspunkte für schlechtes Fahren? Ja. Guck mal, was wir alles falsch gemacht haben. Wo bist du denn? Ich sitze in meinem Bus. Ich bin hinter dir. Oh, fahren wir los? Fahr mal los. Wie blinke ich in unserem Scheiß? Vor allem nehme ich dir jetzt die ganzen Fahrgäste weg? Du musst einfach so ein Geisterbus sein. Yo. Kevin! Warte mal, ich bin stuck. Naja, ich dachte, wenn du die nimmst, nämlich die nächsten, weißt du? Ja, aber du musst doch trotzdem die Station. Kevin! Checko. Ich verliere dadurch Geld. Entspann dich bitte. So. Jetzt bin ich vorne. Nein, Bro, die übrigen Passagiere nehmen den nächsten Bus, haben sie mir gesagt. Gucke. Achso, okay, dann fahre ich nochmal zurück. Fahr mal weg. Bruder, ich muss hier gerade noch abkassieren für unser Geschäft. Kriegst du, Mann, du fährst in mich. Ich wende nur kurz. Einen Moment. Wie spieler ich mit der Passagiere nicht so ernst? Alright. Ich fahre dann schonmal weiter, ja? Ja, Bro, wir können auch gerne ernst spielen, sonst nicht. Naja, ich mach einfach. Du, ich vertraue dir. Ich wollte dich nur kurz überholen, damit ich die nächsten Gäste bekomme. Aber wenn genug Gäste sind für uns beide, dann passt es ja. Ja, dann passt das. Dann wissen wir das jetzt auch Bescheid. Ich fahre einfach mit 80 durch die Stadt. Es gibt auch Blitzer übrigens. Ah, ne, for real? Ja, wo bist denn du? Ach, moin. Kevin. So. Schönen guten Tag, Alter. Kevin. Was denn? Ich habe einen Fußgänger angefahren, wegen dir. Wieso ich? Wenn du einen Menschen anfährst, das kostet 20k, ne? Kevin. Was denn? Wir sind zwei Stationen gefahren. Oh Gott, wir sind 16k im Minus gerade. Kevin, jetzt muss aber gut, jetzt muss ich noch ein paar Schwarzfahrer erwischen, ne? Ja, den haben die schon. Aber da kannst du... Ja, Jungs, ihr seid zu spät, tut mir leid. Wer ist zu spät, komm mal zu spät. Es ist halt echt cool, wenn du dann so echt so einen neuen Bus und so hast, weil die dann echt geiler aussehen. Du hast halt echt so die Möglichkeit, alle Knöpfe und so zu drücken. Ich hole gerade wieder ein bisschen Zeit rein. Digga. Kevin, du fährst wie der letzte Ochse, ne? Bruder, entspann dich. Man muss ja auch irgendwie ein bisschen Zeit rausholen. Minus 37.000 Euro, Kevin. Ja, easy. War eine gute. Wir haben zwei Menschen angefahren, anscheinend. Ich weiß gar nicht, wo das passiert sein soll. Kannst du mir an der Flash irgendwas zu sagen? So, kann der Typ mal hier seine Mucke leider machen? Guck mal aus dem Knick mit deinem komischen Mitsubishi, ey. Machen Sie doch mal langsamer. Boah, die will vorteilbezogen. Hallo, hallo. Ist da wieder einer rum, Alter? Ich sag, die sind heute aber auch... Nacht sind die auch krank. Ich fresse, Alter, das knallt gleich, ne? Wer von euch war das, Alter? Du? Du mit dem Handy? Na klar. Ja, schwarz war das, Alter. Muss los. Hast du erwischt? Sauber, Junge. Junge, abgezockt. Ja, noch einen. Was? In meinem Bus nicht. Nicht in meinem Bus. Ich habe einen Strafzettel bekommen fürs Rasen, Bruder. Yo, auf geht's. All right, let's go. So, die kleinen Mongos. Da kommt mal rein. Wie gehst du mit unseren Kunden um? Ach, Junge, Einzelstudent. Ich werde nicht mehr. Kevin, ich hoffe, du machst wenn du jetzt gleich anfasst. Ich lasse einen Schulterblick. Kevin! Oh, mein. Ich sag's sogar noch. Bro, es ist halt einfach nicht wirklich. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Bruder, kleines Rennen, Alter. Unter Arbeitskollegen. Können wir doch mal können. In der Orzeinschaftenbus überholen. Machen wir nochmal eine Koop-Fahrt bei Nacht. Hm, ja, lass dich mal. Ich möchte bei dir mitfahren diesmal. All right, dann machst du mitkommen. Dann mache ich jetzt Nacht. Hm, mach du's. Komm, ich zwinge sie zum Schwarzfahren. Dass sie jetzt kein Ticket kaufen können, sondern sich jetzt einfach alle als Schwarzfahrer da hinsetzen, okay? Ja, ja, so zwinge ich, Kevin, so kriege ich jetzt alle, alle kein Ticket. Er ist wirklich schlau eigentlich, das ist immer so machen. Gehen Sie weg, die Tür geht, na klar. Gehen Sie weg, Alter, was machst du denn da hinten? Na klar, hier. Keiner fährt Schwarz, alle haben was. Gut, let's go, wir sind schon ein bisschen hinter der Zeit. Ja, wegen wem wohl? Wegen dir ist ja wohl ob wir's. Kevin, die haben alle keine Tickets gekauft. Das ist cool, das ist echt noch. Merk dir aber, wie du schon angesprochen hattest vorher. Mhm. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Du sollst keinen Smalltalk halten, sondern die abzocken. Ohne Spaß, Alter, kriegt man Leben, ey. Du, wir haben ja einen Rowdy mit Mucke. Es ist der Opa. Die Alten wieder, wa? Ja, schön bisschen Helena-Pumpe. Tut mir leid, ich mach's leiser. Ja, ja, besser ist. Wann schreibt mir dann endlich mal eine neue Stränke frei? Ähm, komm, wenn wir jetzt... Wir müssen die Cressat mal fertig kriegen. Haben wir, haben wir, haben wir. Ja, easy. Wir haben die Cress fertig, kannst du die abgeben? Oh, wir haben 300k, bro, let's go. Ja, dann lass halt noch eine Runde machen, dann haben wir die Cress komplett fertig. Willst du kommen boy, oder was? Ja, lass kommen boy machen. Guck mal, meine ist halt so ein richtiger Reisebus jetzt, guck mal. Willst du mal kurz reingucken? Ja, warte. Haben wir die Zeit dafür? Ja, meinetwegen. Bro, du hast mich gerammt, oder? Nein. Yo, chill, der ist auch viel größer. Du kannst halt wirklich halt später... Ach, ey, Jungs, nee, aber ey, ist doch auch lächerlich. Was ist denn das hier? Was willst du, wenn fertig ist? Werden Auto fahren? So. Ja, ja, komm, Alter. Ronny, ey, fahr mal weiter. Bup, Alter, dann geh ich jetzt direkt zu da hin und die hat direkt, ne, kein... Ah, doch, die hat eh, ne. Ei, 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 aufpassen, wo du hinfährst. Kann sein, dass wir eventuell ein bisschen Minus gemacht haben, bro. Warte ich meine beste Fahrt. So, ich bin durch, oder? Boah, Bro. Ja, fahr doch jetzt auch mal. Meine... Ey, ohne Spaß. Ey, ich hab den größten Vollidioten vor mir. Ey, das gibt's doch nicht. Meine Fresse, ey. Komm aus... Ja, aber jetzt! Aber jetzt! Ey, hau ab! Weil die sehen ja echt stressig aus, Alter. Ja, Alter, lächerlich. Leute, da steht oben richtig dran, ne richtig große Runde. Geil. Junge, minus 15k wegen dir. Nee, 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 nee. Nee. Das stimmt ja jetzt auch wieder nicht. Ey, es war wirklich anlachig bei mir gerade. Ich konnte nicht... Bro, ich wollte Radeon machen, auf einmal fährt der Bus einfach alleine weiter. Ist doch leckerlich.